Und alle, die Zafira fahren, sorry, ist doch nicht so, Spaß haben, wie man denkt. Aber, was keiner weiß, es gibt auch so Containerschiffe, riesengroße Dinger. Ich habe da mal so einen Report drüber gesehen, ich glaube in der ARD-Mediathek war das. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und zwar, die Containerschiffe, die so über unsere Weltmeere tuckern, die blasen so viel CO2 in den Himmel wie alle Autos der gesamten Menschheit. Also, die jetzt gerade so unterwegs sind. Ich dachte, krass. Aspeche kommt noch. Die hauen so viel CO2 rein, dass jetzt bald in ein paar Jahren auch noch der Nordpol schön befahrbar ist. Und dann geht es mit dem Welthandel immer noch weiter steil auf. Und deshalb sage ich, mal schauen, wie lang es noch gut geht. Und dann geht es mit dem Welthandel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501